Was tun Sie heute für sich, um gesund zu leben? Ich treffe mich mit Maxine. Wir sehen uns quasi jeden Tag im Moment. Tatsächlich, ja. Und zusammen Musik machen und Texte zu schreiben und Spaß zu haben, das ist einfach das Ding. Sonst, was tut man dafür? Spaß am Leben? Nee, also einfach den Tag begrüßen. Aber was machen Sie, um sich fit zu halten oder was tun Sie für Ihre Gesundheit? Ja, schon ein bisschen Sport und so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besessen davon bin. Ich glaube, die ganzen Leute, die besessen sind ab einem gewissen Alter davon, das ist auch nicht gut. Also, man kann sich ja nicht den ganzen Tag darum drehen, wie sehe ich aus oder so. Nee. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? An so einem Tag wie heute, dass es einfach noch ein bisschen so bleibt, wie es ist. Dankeschön. Tschüss.